Willkommen beim Hochschulsport der Universität Konstanz. Das ist Sarah. Sarah freut sich schon sehr auf ihr Studium an der Universität Konstanz. Nur, wo kann sie eigentlich ihren Lieblingssport ausüben? Der Hochschulsport bietet über 80 verschiedene Sportarten an. Es gibt Gesundheitssport Angebote, Kampfsport, Ball- und Breitensport, Wasser- und Outdoorsport und ein tolles Fitnessstudio. Solange die Corona-Beschränkungen bestehen, bieten wir darüber hinaus einige Live-Streaming-Angebote und zahlreiche Online-Sportkurse an. Dabei kannst du dir einfach den gewünschten Kurs ohne jegliche Mitgliedschaft über die Hochschulsport-Webseite buchen. Buche dir vorher ein Semestersportticket und schon kann es losgehen. Oder du holst dir eine günstige und studiefreundliche Mitgliedschaft im Fitnessstudio und lässt dir diese am besten durch die eigene Krankenkasse fördern. Trainiere so oft du willst. Wir suchen auch immer neue Kursleiterinnen, Fitnesstrainer, Wassersport- oder Skilehrerinnen. Weiterhin kannst du dich bei uns auch zum Trainer in der Erlebnispädagogik ausbilden lassen. Wir freuen uns von dir zu hören. Alle weiteren Infos und Antworten auf deine Fragen gibt es bei uns im Hochschulsportbüro. Das ist im Raum G206. Du kannst uns auch gerne anrufen, nutze dafür die eingeblendeten Telefonnummern. Oder schreib uns eine E-Mail an asp.uni.kn oder für alle Fragen rund um das Fitnessstudio unimotion.uni.kn. So Sarah, auf geht's! Alle Infos, die Online-Buchung der Kurse und die dazugehörigen Ansprechpartner findest du auf unserer Webseite.